Hallo und Willkommen zu, naja, einem weiteren Video, einem weiteren Fall, Clash Royale. Ähm, hab lange nichts mehr gemacht, hatte keine Zeit, aber diesmal ist es, es gibt auch eine geile Challenge. Und, zeigst ihr euch? Ja, und da werden wir jetzt weitermachen. Hm? Ja, und da werden wir jetzt weitermachen. Oh, und jetzt alle, das ist gut, ja, das ist ja neu, das ist ja neu, das ist ja neu. Oh, was ist denn das? Der ist jetzt ein Neutrömmer. Genau, was ist denn das für einer? Die Sonne weggeht. Alter, ich hab Ruhe zu kämpfen, einfach Ruhe. Das ist ein langer Merkirch. Ah, jetzt? Jetzt? Jetzt wird's hart. Alter, was soll ich jetzt machen? Bin ich alle in das Boot gehen? Ach, ich geh'n gar nicht mehr noch. Alter, das ist so nervig. Das ist einfach so nervig. Die geh'n ich mir gar nicht. Ich muss ehrlich sagen, der war für uns bestell. Ich muss ehrlich sagen, der war für uns bestell. Ja, der war gut. Naja, nicht so gut, aber... Mein Gegner war schon anspruchsvoll. Ich esse gerade was. So, Standard wird's schon an. Mein Rühchen. Der hat's einfach nicht hingekriegt. Ich geh'n alle in das Boot gehen. Ich geh'n alle in das Boot gehen. Nein! Okay. Ja, ich möcht' auch Kira was erzählen. Alter, scheiß Reküre. Oh ja, oh ja! Das ist mein... Das ist mein... Das ist mein Ton. Ich und mein Ton. Das ist mein... Das ist mein Ton. Oh Oh Ich will natürlich versuchen, alles zu holen. Ich versuch's. Au! Und ich glaub, ich schaff's sogar. Au! Ja, geht, geht! Ich will einen Lacken. Zwei Spiele beim Wunsch. Huh? Oh! Ah, ich dachte, der wird's nicht. Showtime! Fire! Was alles kann ich, kann ich reinsetzen. Ich hätte irgendwas alles setzen können. Er hat's einfach nicht geschafft, sein Push! Oh! Oh! Ich bin der Lacken. Ich hab auch noch. Nein. Nein! Oh, oh! Der hat mir geholfen. Alter! Er hat mir sowas von geholfen. Oh, oh! Der hat mir geholfen. Alter! Er hat mir sowas von geholfen. Oh, oh! Er hat mir jetzt den Turm. Oh! Los! Den in dir! Ja! Ist da! In... Instant gedent! Oh! Oh! auf, oh! Oh, ich habe ihn verwendet. Er hat mir geholfen. Oh! Und das alle in dieses Wuppi! Oh! 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 Au! Scheiße! Au! Und den zweiten Ton auch noch geholt. Können wir bitte meine Enttun? Bitte? Ja! Ich bin einfach so gut. Oh, 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 oh. Einen machen wir noch. Und dann muss ich damit los. Ich werde aber nicht so alles aufnehmen können, aber... Ich werde mir Lust, Bock auf Clash Royer haben. Dann schreibst du in die Kommis. Und ja... Facksteißschi-dammaut. Nie ne ne ne-ing! Ja, der Mau gebaut... Oh, ey! Facksteißschi-dammaut! er kriegt es einfach nicht ich habe seinen Tisch zerstört nein also er hat Lumberjack er hat Lumberjack er schafft es immer noch nicht er schafft es er schafft es dann können wir hier die Spiele hinter setzen Ballonrauch die sind jetzt mit dem Bowler beschäftigt also wenn das nicht reicht dann weiß ich auch nicht dann muss ich auch keine Ahnung was ich müsste eigentlich alles holen ja das reicht ja ich habe jedes Battle gewonnen ich bin einfach so geil eine normale Tauschmarke und eine seltene Tauschmarke ja gut spenden wir nochmal kurz ähm ich hoffe euch hat das die Folge Clash Royer mal wieder gefallen und ja lasst ein Like da schreibt in den Kommentaren ob ich das nächste Mal wieder spielen soll wir sehen uns bis dann sch